Egal, ich hab eben auch gedacht, ich muss scheißen, Alter. Dann hab ich mich auf die Schüsse gesetzt, und dann hab ich eigentlich das Horn von Gondor verblasen, Alter, Junge, ich hab so... Und hier ist noch ne Tüte Chips. Hör da, gönnt ihr! Was ist so ne Tüte Chips, Digga? Wow, toll! Gittertlingling! Wieso ist das so dumm, Alter? Ist das hier ein Friedhof? Ja, gehör immerhin, Junge. Ich komm mal runter wie so ne Sattelle. Hast du gesehen, Digga? Oh, hi! Weißt du, genau das mein ich, deswegen brauch ich den Clip-Modus. Gegen Fixie-Fan-Hin. Fixie-Fan-Hin. Was für Kuchen zum Digga? Was bin ich eigentlich für ne Nutte? Boah! Boah! Ja, lass mal irgendwas machen. Keine Ahnung. Ja, überleben. Wie wär's damit? Achso, das ist... achso. Ah, da ist er! Ja, toll, Digga. Ja, die Kanate kam zurück, ich bin tot. Ja, die Kanate kam zurück, ich bin tot. Boah! Wie ist der noch so aufs Verricken? Toll, Digga. Schick deine Mutter jetzt, Alter. Ja, von beiden Seiten, Digga, ne? Da mögt es, ja, ja. Oh, Mann! Da, da ist jemand dringend auf. Ja, 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 ich hab's gesehen. Boah, die werden wir so wegschnetzten, wenn der rauskommt, Digga. Ja, 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 macht natürlich die Tür, wer weiß es. Da! Boah, Hatshot, Junge. Über dir, da! 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 Hab ihn! Er ist tot. Hä? Prost, Wahlzeit! Benutzt dir selbst wieder, ja, genau. Der drückige Fuss, Alter! Ich nehm mich noch mit in die Hölle, Alter! Den hab ich schon mitgenommen, Junge. Der arme, Junge. Oh, der ist immer noch auf dem Dach, der snipet jemand vom Dach. Ich mach direkt Fritz, ich puste drauf. Ja, ja. Perfekt, Digga. Gar nicht lange zu zögern, Junge. Ja! Boah, Team ausgelöscht als... Boah, da kam Godzilla, Junge. Geil. Der spielt nie wieder Warzone, Alter. Der D ist ja dieser Spielkorps. Ja, da wo wir jetzt lang dauern. Yeah! Boah, boah! Hahaha! Alter, wie der geflogen ist. Du musst... Nein! Nein, Digga! Nein! Einer! Eine Pfanne rüberfrisch, Digga! Digga, okay, die Taktik war gut mit dem Kack. Mit dem Scheißhauster, aber... Ja, ja. Da ist alles Klo, Jungen, das ist das Beste. Es rettet einem jemand den Arsch, wortwörtlich. Aber die hätten's doch eigentlich riechen müssen, oder? Das ist ja... Ühh... Is der verfluchte Waffe nicht aufhebst, ne? Nein, nein. Ist sie gestorben? Mhm, das ist nicht passiert, Alter. Ist doch scheiß drauf. Versuch uns das Auto zu polen draußen hier vor uns ja? Down up! Ja ok, ja alles klar! Schnell! Wo wo wo? Aaaaaah! Ooooooh! Ooooooh! Hihihi! Hä? Ach da kann er vom Mittwo... Ja hat ja super geklappt, Digga!